So, was hast du genommen bei blau? Äh, ganz rechts unten. Das ist doch lila. Ja, korrekt. Wieso schreibst du in blau? Bei wie? Hey, das ist ja voll geil. Du schreibst in blau. Hey, bei mir steht scheiß in blau. Rechts? Ja. Und das hier? Das nicht. Mann, hättest du mal ein bisschen gezielt in deinem Leben, wär da auch drin gewesen. Boah, ich fall grad rückwärts. Arschpo-Tor, Mann. Arschpo? Arschpo-Tor. Hä? Mann, das ist ja überhaupt nicht witzig, wenn die scheiße sind. Arschpo. Hör auf Arschpo zu sagen, das Wort ist voll schwul und die Typen auch. Oh, Mann. Gut, jetzt ist zumindest 2-2, jetzt ist das Spiel wieder spannend. Was war das? Was war das denn, Alter? What the fuck? Hab ich den gerammt auf dich? Und... Ne, ne? Der ist einfach... Ach, ich hab dich gerammt. Ja, klar. Geil. Boah. Boah. Gut, dass du den guten Delta-Attack hast. Okay. Lass dich mal so stehen. Tobi! Nein, 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 nein! Boah, ich bin zu langsam! Ich bin zu langsam! Du bist vorbeigeflogen, du Spacken! Das kommt noch dazu. Hahahaha! Hoffentlich hat das keiner gesehen. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Hoffentlich hat das keiner gesehen! Hoffentlich hat das keiner gesehen! Nein! Das ist nicht schlecht! Timo! Wir sind beide zweimal am Ball vorbei, jeweils! Da einmal! Da ich einmal! Oh Gott! Wie kommen wir denn gegen... Wir haben wir 5 Minuten gegen ihn geführt! Ja. Guck mal, wie wir so ein Tor machen. Aber wie lange brauchen wir eigentlich immer mit ihrer dämlichen Playstation machen? Ja, das Playstation 1. Guck mal, wie geil ich den mach. Hast du mich grad berührt? Hast du mich grad voll aus dem Modus gebracht? Du hast mich einfach von hinten gerammt, Manni. 100 PS, ey. Du haust mir einfach von hinten rein in die Beine. Du hast mir von hinten rein gehauen, du Mongo. Pass auf. Nice. Danke. Der war dein. War doch nice. Mann, das war ein Trick. Der legt in die Richtung. Du bist so scheiße. Du bist einfach so kacke, Mann. Was sollte das? Was sollte das denn? Was? Ich wollte ja nicht hinter mir. Wollte ich verlängern, Kopfballverlängerung. Ich steh vorne frei. Schön für dich. Mann, ich steh frei. Du musst halt mal passen. Pass doch mal. Pass. Jetzt, langer Pass. Länger. Mann, was machst du denn da hinten? Wo fliegst du schon wieder hin? Urlaub oder was? Zum Tor. Das war ein Trick. Der war nicht schlecht. Mann, ich will doch zaubern. Mann. Ich will zaubern. Ja, denn... Zauber halt mal. Zauber doch mal. Tor. Ja, der stimmt. Der hätt ich aber fast gehalten. Warte, 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 lass das! Timo, halt den! Halt den! Halten! Boah, wieso ist der nicht reingegangen? Keine Ahnung. Der geht aber gar nicht rum. Mann ey, treff doch mal den Ball. Das macht keinen Spaß an deinem Leben. Mann, du machst keinen Spaß an deinem Leben. Hä? Immer der, der schuld ist, bei uns, dass wir ein Tor kassieren, der muss einen Witz erzählen. Okay, alles klar, mach mal. Deine Schuld. Du hast den Ball doch nicht. Du hast den Ball doch nicht. Wo fährst du eigentlich hin? Du hast mich weggeschuft. Was soll ich machen? Mann, halt dich nicht wegschubsen lassen. Wer, was bist du? Bist du Tim Wiese oder nicht? Bin ich. Ey! Zum Ball. Spiel mal nach vorne. Wo ist denn der andere? Nach vorne, vorne. Nochmal. Nicht Zugsaxa. Ja, 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 ja. Ja! Nicht, nicht berühren. Oh Gott! Geiles Ding. Geiles Ding. Ich hab ein Tor. Ja, du gut. Ja, danke. Den hab ich, den hab ich. BAM, Junge. Das war knapp. Ich spiel wie ein junger Gott. Aufs Crack. Junger Gott, oh, fuck. Wieso ist meine... Ey, ich kann nicht nach vorne gucken. Ich bin doch da. Vater. Ey, ich seh nix. Ich guck nicht nach... Ich guck nicht nach vorne. Bug. Ja, aber ich drück kein Mausrad. Oh, du besprichst so doof. Das ist ehrlich. Und er kriegt die nicht rein. Das war fast sein erster Witz. Das war echt so nah dran. Der hätte schon zur Hälfte aus dem Mund rausfließen müssen. Hallo, hallo. Ich meine, ich bin das Backup. Das sieht aber viel geiler aus. Von der Floppy ist es vielleicht. Wenn das so aussieht, als ob ich nichts tue und auf einmal halte ich den richtig geil, weißt du? Du musst mir mal ganz kurz vertrauen. Muss ich fahren? Alter, ich dachte, du machst da was. Was ist denn der nicht geil abgefällt? Nein. Mann, verzieh dich aus meinem Spiel. Guck mal, was war das? Was soll das? Na, frech. Mann, du wirst doch bescheuert. Ich hatte den Ding gehabt. Guck mal, wie gut der war. Ja, genau. Sehr gut. Ohne mich wäre schon längst fünf Tore reingegangen, aber mindestens. Ja, aber bei dem Feind. Siehst du, siehst du, zu was du mich zwingst? Guck mal, tritt den doch einfach mal, den Ball. Mit ein bisschen Spackes. Spackes? Spackes. Mit Spucke. Mann, mit Spackes, Mann. Och. Deiner. Ja, ich hab den auch. Da hab ich mir gerichtet, dass du den wieder vergeigst. Boah, der war nicht schlecht. Ey, das war ein Kopf, du denn? Mach den nicht, lächerlich jetzt. Guck mal. Siehst du das? Du fährst zusammen vorbei. Nee, das hat mich auch jetzt geärgert. Guck mal, was soll denn das, Mann? Ey, was ist Spack? Das war nice, aber wenn du jetzt nochmal ein Turm machen wirst, Mann, ich kann nicht mehr Deutsch. Dann sprechen wir jetzt Englisch. Oh, welcome to this very good game. Oh, welcome. Ist das irgendwie immer oh? Nein, nicht immer. Aber meistens. Oh, tea time. Welcome to my good game. Oh, tea time. Lass mich doch mal spielen. Lass mich doch mal spielen. Lass mich einmal in meinem Leben einfach alleine spielen. Und spiel du mal nicht mit. Ja? Ich mach die schon fertig, ja? Wenn du mich einfach einmal machen lassen würdest. Ja, okay. Bleib im 16 auch. Wäre mir lieb, wenn du einfach ganz rausfährst in die Kabine oder so. Okay. Siehst du? Siehst du schon wieder verschmettert den Ball. Aber du bleibst denn ja nicht in der Rolle von mir, sondern einfach... Ich geh gleich in eine ganz andere Rolle. Mach den weg doch. Guck mal, was wird das? Willst du dann ein Tor machen oder hampelst du wieder? Nice. Siehst du? Wär es in der Kabine gewesen, wäre das nicht passiert. Klar. Wenn du den einmal halten würdest. Oh, 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 oh. Oh, ich kann nicht so schnell. Warte, warte, ich bin gleich da. Oh. Mann, 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 Mann. Was ich hier nicht... Den kleinen Kind mal... ...unterstütteln. Wie so ein alter Opa, der den dann langsam auf so ein Tor schiebt. Bitte. Vielen Dank.